In diesem Video dreht sich alles um den Geschäftskonto-Vergleich, denn falls du planst, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder eine Nebengewerblichkeit, dann kommst du um ein Geschäftskonto nicht herum. In diesem Video möchte ich dir einen Vergleich zeigen, welches Konto für dich geeignet sein kann. Wir besprechen natürlich alle Vor- und Nachteile und Dinge, die du beachten solltest. Deshalb bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ja, heute soll es, wie uns schwer zu erkennen, um Geschäftskonten gehen. Ich habe euch hier mal einige Banken eingeblendet, die Geschäftskonten, Modelle und Tarife anbieten. Neben den Filialenbanken gibt es hier aber auch Direkt- und Fintech-Banken, die rein online funktionieren. Und hier müsstet ihr für euch entscheiden, was möchtet ihr. Hier, es gibt einige Sachen, die man zu beachten hat. Denn bei der Suche nach einem Geschäftskonto geht es schon lange nicht mehr um den Preis. Denn der Preis ist hier wirklich nicht unbedingt das Entscheidendste. Enthaltene Leistungen und ob die Bank dein Unternehmen überhaupt annimmt, ist ein wichtiges Kriterium. Deswegen möchte ich mal hier einen Vergleich mit euch machen und gewisse Dinge klarstellen bzw. zeigen, worauf ihr achten solltet. Falls euch solche Themen interessieren und ihr mehr davon hören möchtet, wie auch über das E-Commerce-Business kaufen und verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, dann abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann kein weiteres Video mehr. So, was muss ich denn nun beachten, wenn ich ein Geschäftskonto beantragen möchte? Denn wir müssen überlegen, brauchen wir überhaupt ein Geschäftskonto oder können wir es mit einem Privatkonto machen? In der Regel heißt es, nein, wir brauchen ein Geschäftskonto. Denn wenn ihr bislang eure gewerblich tätigen Umsätze auch auf das Privatkonto überweisen lassen habt, dann wird es nicht lange gut gehen, denn irgendwann kontaktiert euch die Bank und sagt, hier, ihr habt hier zu viele Buchungen bzw. die eindeutig gewerbliche zu erkennen sind. Bitte eröffnen Sie ein Geschäftskonto, sonst können wir Ihnen weiter dieses Kontenmodell, Girokontenmodell nicht bieten. Das machen die in den Fällen, bei mir war es nämlich genauso. Des Weiteren ist entscheidend, welche Rechtsform habt ihr? Die Rechtsform ist natürlich abhängig hier auch von der Bank, welche euch annimmt. Nicht alle Banken akzeptieren alle Rechtsformen. Dann die Anzahl der Transaktionen, wie viele Transaktionen habt ihr im Monat, das kann natürlich auch vom Preis eine Rolle spielen. Aber auch natürlich auch die Einfachheit, das Ganze dann über die Buchhaltungssoftware zu buchen, was auch ein wichtiger Aspekt ist, eine Buchhaltungssoftware, ob diese anzubinden ist an die Bank. Aber auch Online-Banking-Apps für euer Smartphone. Wenn ihr das Ganze online überweisen möchtet und auch einfach den Kontostand und Umsätze verfolgen möchtet, dann ist hier auch eine Banking-App von großem Vorteil. Des Weiteren braucht ihr Bargeldabhebungen am Automaten, dann braucht ihr auch eine EC-Karte. Dementsprechend müsst ihr auch hier drauf achten, ist es eine Relevanz oder nicht für euch. Und am Ende natürlich auch die Kosten und Zinsen für das Geschäftskonto, was ihr eröffnen möchtet, spielt eine große Rolle. So, wir schauen uns gleich an, wo wir den ganzen Vergleich machen können. Denn wenn ihr hier jetzt jede Bank die Website aufrufen müsstet oder abtelefonieren müsstet und euch Angebote und Konditionen einholen müsst, wird das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich habe hier für euch eine einfache Lösung. Es gibt nämlich Geschäftskonto-Vergleiche, wo ihr direkt eure Kriterien bestimmen könnt und hier einen Vergleich für euch darstellt. Über den Link in der Videobeschreibung gelangt ihr hier zu der Vergleichsplattform von Verivox. Und hier haben wir natürlich die Möglichkeit, auch Geldanlage sowie das Geschäftskonto zu vergleichen. Da klicke ich einfach mal drauf und dann gelangen wir direkt hier zu der Infoseite. Ihr könnt hier euch das Ganze nochmal durchlesen. Ihr könnt sehen, was ist überhaupt ein Geschäftskonto, Kosten und Zinsen für ein Geschäftskonto. Beleghafte und beleglose Buchungen sind auch oft entscheidend, auch vom Preis her pro Buchung. Was ist überhaupt eine beleghafte und beleglose Buchung? Beleglose Buchung ist im Grunde genommen, wenn ihr Online-Banking nutzt und gewisse Überweisungen tätigt oder auch aufs Konto überwiesen bekommt. Beleghafte Buchungen sind Dinge, die ihr zum Beispiel am Schalter macht, bei den Filialbanken in der Regel. Und hier kostet das Ganze meistens viel mehr. So, dann wird hier nochmal zu Kosten gesprochen. Wir haben hier Kreditkarten, die beim Geschäftskonto auch inklusive sein können, können aber auch noch zusätzlich Gebühren kosten. Wir haben privates Konto für Selbstständige und Freiberufler, nicht bei allen Banken möglich, ganz ehrlich. Und viele weitere Informationen, wie auch Voraussetzungen, die notwendig sind. Denn notwendige Dokumente sind in erster Linie, ihr müsst volljährig sein. Ihr braucht einen Ausweis, ihr braucht eine Gewerbeanmeldung, ihr braucht einen Gesellschaftervertrag für eine Rechtsform und ihr braucht eventuell einen Registrierungsauszug. So, hier oben klicken wir dann einmal auf den Vergleich, jetzt vergleichen und dann gelangen wir zur nächsten Seite. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Kriterien einzugeben, die für euch von Relevanz sein können. Wir haben als erstes hier den Geldeingang pro Monat in Euro. Jetzt musst du für dich abschätzen, wie viel ist das bei dir um den Dreh, was auf dein Konto ankommt. Und wenn das jetzt 3.000 Euro sind, kannst du das belassen. Das ist Standardeinstellung. Ich sage mal so, wenn jetzt du neu anfängst, werden es vielleicht 1.000 Euro pro Monat sein oder weniger. Gib das für dich, wie gesagt, ein. Was hast du an Guthaben im Durchschnitt pro Monat auf dem Konto liegen? Das kann auch von Relevanz sein, denn auch hier kann es sein, dass gewisse Tagesgeldkonten entscheidend sein können und hier gewisse Zinsen für dich anlaufen können, die auch Vorteile für dich haben können. Und ich sage mal so, bei 1.000 Euro pro Monat Eingang hat man natürlich auch Investitionen. Dementsprechend gebe ich mal hier 2.000 Euro pro Monat ein. So, dann haben wir als nächstes Beleglose Buchungen pro Monat. Das heißt, die Buchungen, die du überweisen tust online oder auch als Zahlungsempfang auf dein Konto bekommst. Quasi jede Position, jede Transaktion auf deinem Konto sollte hier berücksichtigt werden. Sind es 50 oder sind es weniger? Ich gebe mal 20 Buchungen ein. Beleghafte Buchungen pro Monat lasse ich bei 0, weil für die meisten wird das Ganze online entscheidend sein. Die wenigsten eröffnen ein Geschäftskonto bei ihrer Filialbank, denn das kostet in der Regel meistens viel, viel mehr und ist nicht unbedingt von besseren Konditionen. So, und dann haben wir natürlich auch die Unternehmensart, welche wir entscheiden können. Und Einzelunternehmen ist zum Beispiel in der Regel, wenn du einfach nur eine Gewerbeanmeldung hast und wie hier auf dem Kanal gezeigte Dinge online verkaufen tust, also Produkte einkaufst und diese gewinnbringend verkaufst und mit einer Gewerbeanmeldung bist du dann schon ein Einzelunternehmer. Dann solltest du das auswählen. Wir haben aber auch die Möglichkeit Einzelkaufleute, EK. Das ist dann schon eine Rechtsform. Wir haben hier Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, eine GbR. Wir haben aber auch GmbH. Wir haben UG und sonstige. Das solltest du unbedingt auswählen. In der Regel wird es, wie gesagt, der Einzelunternehmer sein in deinem Falle. Gib aber hier dementsprechend das Ganze richtig an, weil nicht jede Bank nimmt auch jede Rechtsform an. So und Zusatzoptionen nicht zu vergessen, brauchst du eine EC-Karte, musst du zum Bankautomaten Geld bar abheben oder mit einer EC-Karte möchtest du gerne Dinge online oder auch unterwegs bezahlen für dein Unternehmen, Einkäufe tätigen, dann ist eine EC-Karte nicht ganz verkehrt. Aber in der Regel funktioniert das heute ja alles über Apps, über Pay-Systeme, die du über dein Smartphone machen kannst. Dementsprechend muss nicht unbedingt eine EC-Karte hier hinterlegt werden. Brauchst du eine Kreditkarte? Bist du so, dass du Waren vorab kaufst und diese erst später bezahlen möchtest, solltest du auch das für dich ankreuzen? Oder ist dir eine Filiale wichtig? Dann solltest du auch hier sagen, nur Filialbanken, was ich dir aber nicht empfehlen würde, weil das dementsprechend immer mehr und kostenintensiver ist. Also ich klicke hier mal auf EC-Karte, dass es als Zusatzoption hinzukommt und mache jetzt den Kontovergleich. Und wir sehen direkt hier, die First Bank haben wir hier als erstes und an erster Stelle. Die kostet uns tatsächlich überhaupt nichts im Monat. Es gibt keine Buchungskosten für keine Transaktionen. Es gibt keine weiteren Grundgebühren pro Jahr. Das heißt Gesamtkosten 0 Euro. Falls das für dich, für den Anfang eventuell gut ist und du hier keine Kosten aufkommen haben möchtest, dann solltest du diese Bank wählen. Ansonsten haben wir hier noch die Phenom Bank, die auch die gleichen Konditionen bietet. Wir müssen natürlich auch im Detail das Ganze uns anschauen. So, als nächstes haben wir hier noch die Commerce Bank, die hier noch mit 100 Euro Bonus für Gründer das Ganze bietet. Und das könnte auch von entscheidender Relevanz sein. Dann hast du dementsprechend hier das erste ja quasi umsonst. Guck dir das aber genau an. Das ist aber auch noch eine Bank mit Filialen. Und viele weitere. Wir haben hier, wie ihr seht, auch nochmal die First Bank mit Kosten verbunden. Das ist nämlich eine First Complete Tarif, der hier mehr Dinge beinhaltet. Deshalb müsst ihr natürlich nochmal auf die Konditionen genau gucken. Und sonst haben wir hier noch andere Banken, wie Deutsche Bank oder die Postbank. So, ich würde einfach mal sagen, die First Bank, First Base Tarif, klicken wir mal an und gelangen dann hier auf die Seite. Und ihr seht es hier, was haben wir hier inklusive? Das kostenlose Online-Geschäftskonto vom Testsieger sogar. Wir haben inklusive kostenloses Debit- und Kreditkarte, was sehr gut ist. Wir haben 50 monatliche Buchungspositionen inklusive, das heißt diesen kostenfrei. Sicherheit der Deutschen Bank, das heißt das ist ein Fintech-Unternehmen und eine Fintech-Bank, die hier mit der Deutschen Bank zusammenarbeitet. Und wir haben Antragstellungen in nur 10 Minuten mit Live-Chat-Support-Banking-Experten. Das heißt, ihr werdet hier schnell diese Zugänge bekommen. Hier seht ihr noch weitere Vorteile und Konditionen, die ihr sehen könnt. Und falls ihr euch dafür entscheidet, ganz normal Konto eröffnen, Daten angeben, dann die Voraussetzungen wie Dokumente bereitstellen und dann ist euer Konto relativ schnell eröffnet. Soweit mir bewusst ist, die Fürstbank arbeitet auch mit verschiedenen Buchungssoftwaren zusammen. Und darüber mache ich auch dem nächsten Video. Falls es schon bereitsteht, findest du es hier oben in der Infobox oder auch unten in der Videobeschreibung. So viel dazu. Spiel wie gesagt mit dem Vergleichsportal. Einmal hier mit den Zahlen ein bisschen und vielleicht nimmst du mal die EC-Karte einfach mal raus und guckst dann nochmal. Dann kommen dann auch noch weitere Banken dazu, wie du siehst. Deshalb versuch das Ganze einmal und entscheide dich hier für die beste Bank. Falls du Fragen hast, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein. Und sonst freue ich mich natürlich, dass ich dir mit diesem Video helfen konnte. Gib mir dazu gerne einen Daumen hoch und es motiviert mich für viele weitere Videos und wir können hier als Community wachsen. Falls es noch nicht geschehen, abonniere auch diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.